Ich bin vorhin schon zweimal fast auf die Fresse gefallen, wegen diesen Metall-Kooping tatsächlich. Ja, weil wenn der Reifen nass ist, dann rutscht er auf diesen Metall hier weg. Von Beton geht's, aber... Du hast das schon alles an Hate erzählt, was soll ich denn jetzt noch sagen? Okay, also ich fang beim Plan an, wichtig ist, richtig gute Influencer haben ja immer einen Plan. Wir hatten einen Plan, nach Gärmering auf den Pump-Track zu gehen, weil Dave, der Typ der hinter der Kamera steht, der hat nämlich gesagt, dass Skateparks aufhaben und Gärmering steht bei Google als Skatepark drin. So, dann waren wir in Gärmering, Gärmering hat zu, wegen Corona. Corona? Wenn der Virus reden könnte. Wenn der Virus reden könnte. Wenn er durch einen Brief reden könnte, was er sagen würde. Das sind die Worte, die ich auf Papier bringen konnte. So. Dann stellst du dir die Frage, okay, was machst du jetzt? Ja, dann schreibt der Dave, wir können zum Skatepark nach Neu-Aubing. Und dann stehen wir hier in Neu-Aubing, hat der Skatepark auf. Ist original 15 Minuten vom Gärmering-Pump-Track weg, der zu hat, wegen Corona. Jetzt hast du hier 37 Sportanlagen, alle haben auf und Gärmering, der Pump-Track, hat zu. Jetzt bin ich kein Superstar und kann hier mit so einem Betonklotz halt nicht so viel anfangen. Ist ja jetzt auch erstmal tendenziell mein Problem, dass ich hier nicht fahren kann. Aber, es nervt mich halt, weil einfach überall kann man nicht fahren, es ist verboten, man kriegt Ärger mit irgendwelchen Leuten, also ich bin einfach, ich bin richtig traurig. Gerade eher wütend, aber eigentlich traurig. So, jetzt ist hier alles nass, überall Dreck, bin schon zweimal fast hingefallen wegen der ganzen Grütze hier. Keine Ahnung, was sollen wir jetzt machen? Was für ein Video sollen wir jetzt produzieren? Wir gehen zu Baden. Splatter, splatter I would think splatters Was der sick oder was? Was der sick? Ja, ich hör dich ja, super, super Ja, super scheinen Tag, nicht Hättest du mir mal sagen können, dass meine Frisur so scheiße aussieht was was er zu tun, wie das ist? Was er also آپ? Ja, ja, du weißt Will ich die reine? Ich weiß ja schon Lass uns ins Inspector Was ich ihr Gesicht? Ich erne mich Ah, ich weiß nicht, dass ich heute noch ein bisschen sehen darf. Das war's für heute. Hallo. Das war's für heute. 90? 90s, 90s oder hier so ein Footband, also ich habe gar keinen mehr gemacht, das letzte mal habe ich mit Corby gemacht. Seht ihr? In Sommar sieht das bestimmt gut aus. Ich frage einfach mal einen Sony Experten, wenn der Influencer den Filmer hat, die die Kamera einstellt. So. War das lässig? Ich weiß doch auch nicht, was man hier machen soll. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was man hier so alles machen kann. So fürchterlich. Oh, Freeride-Shit. Witzig. 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 excited. Witzig. Ich habe ganz Cette. kann seine出来 alliedöschen. Ziräber auch nicht in seiner 170 Messer. Witzig. Das ist doch ein Mann! Das ist doch ein Mann! Das ist doch ein Mann! Wow! Sick! Hm! Ey! Wird es! Ja, das ist doch ein Mann! W-... 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 wir müssen eh da runter vielen dank fürs schauen dieses videos liebe liebe zuschauer liebe community da liegt immer dran love not hate auch in zeiten wie diesen wo ich persönlich auch ziemlich abgefuckt bin aber ich freue mich dass ihr eingestellt habt auch wieder lassen in die kommentare schreiben was für tricks ich lernen sollte ganz wichtig da muss ich mich weiterentwickeln danke fürs zuschauen dave mcbane halt ich will schon abschwenken dave mcbane unbedingt auf instagram folgen er hat diesen vlog geeditet ist quasi ein guest editor man könnte sagen ein guest blogger oder dave machst du das bin gespannt slow motion dubstep das ist genau dave geschmack und wir sind gespannt was dieser edit heute so kann eigentlich wer pomptrick angewesen aber wir machen als skatepark ich kann das nicht so gut skatepark riding aber get rich or die trying zieh mal durch sieht das ist ein Outro